Die Online-Redaktion Senioren Ahlen trifft sich einmal im Monat zur Redaktionssitzung. Hier werden die Inhalte und Artikel besprochen, die als nächstes veröffentlicht werden. Auf seiner Internetseite bietet das Redaktionsteam Informationen von Senioren für Senioren. Das sechsköpfige ehrenamtliche Redaktionsteam im Alter von 68 bis 80 veröffentlicht auf seiner Internetseite Themen, die Senioren interessieren. So findet man auf der Seite aktuelle Informationen zu Veranstaltungen und Aktivitäten, als auch Hinweise zu Anbietern im gesamten Themenfeld der Seniorenarbeit und Altenhilfe. Darüber hinaus ist dort auch Unterhaltenes und Wissenswertes zu lesen, zusammen mit Hinweisen zu Internetauftritten von Seniorenseiten der Region. Besondere Kenntnisse zum Mitarbeit im Redaktionsteam sind nicht erforderlich. Zwischen den monatlichen Redaktionssitzungen findet ein Gedankenaustausch über E-Mail statt. Wer allerdings nur gelegentlich Texte, zum Beispiel Geschichten, Begebenheiten und Sonstiges veröffentlichen möchte, kann dies als Gastautor tun. Die Seniorenredaktion ist Teil des Netzwerkes Senioren in neuen Netzwerken, dem über 60 Kooperationspartner mit über 150 Angeboten, Initiativen und Projekten von und für Senioren angeschlossen sind. Die Seniorenredaktion versteht sich als Sprachrohr des Netzwerkes. Viele Menschen freuen sich auf den Ruhestand. Zur Freude mischen sich bei einigen allerdings auch Wehmut, Unsicherheit und Leere. Wie geht es jetzt weiter? Ehrenamtliches Engagement kann da eine gute Alternative sein. In der Seniorenredaktion kommt man bei der Recherche für neue Artikel mit vielen Menschen und Themen in Kontakt. Die positive Rückmeldung aus der Leserschaft stärkt das Gefühl, gebraucht zu werden. Jeder entscheidet selbst, wie viel Zeit er für die ehrenamtliche Tätigkeit investiert, da sie überwiegend zu Hause ausgeführt wird. So entfällt der Stress aus der ehemaligen Berufstätigkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.